Willkommen zu einem neuen Backstage-Podcast, heute mit Fritz Meinecke. Er ist selbst Prepper, was das überhaupt bedeutet und wieso er sechs Monate in seinem Auto gelebt hat. Darüber haben wir heute gesprochen, war sehr interessant, ich habe einiges für mich gelernt und wir haben auch ein paar Gemeinsamkeiten entdeckt. Also viel Spaß mit der ganzen Folge. Hi Fritz, schön, dass du hier bist, jetzt auch im Backstage-Podcast. Gerne, gerne. Wir haben ja schon einiges gerade in der Felix-Versus-Show besprochen, was übrigens eine der härtesten Aufnahmen war, die ich hier gemacht habe in der Show. So soll es sein. Du bist einfach zu krass, du bist so hart. Nein. Doch, du hast mich fertig gemacht. Aber wir haben noch gar nicht über eine Sache gesprochen, über die ich jetzt mit dir sprechen will. Und zwar so ein bisschen das ganze Prepper-Thema. So, weil ich habe, bevor ich dich kannte, habe ich immer an Prepper irgendwie so gedacht, irgendwelche Leute, die von der Bundeswehr sich Waffen horten und wirklich sich im Kopf haben, so Reichsbürger, wie nennt man das hier, Reichsbürger und dann irgendwie den Staat umstürzen wollen. Aber das war immer für mich was Negatives und jetzt bei dir ist sowas Cooles, sowas Positives. So, yo, wir gehen in den Wald und wir machen das und haben irgendwie Spaß daran. Erzähl mal aus deiner Sicht, was ist denn diese ganze Prepper-Szene eigentlich? Die Frage ist ja erstmal, wie man das so ein bisschen auch für sich selbst definiert. Prepper, ne, English preparing, vorbereiten. Was anderes ist es ja nicht so. Da kann man natürlich jetzt sehen, okay, voll die Spinner, Zombie-Apokalypse, bauen sich irgendwelche Waffen und hängen sich irgendwelche sonst was an die Wand. Das ist die eine Sichtweise, die andere Sichtweise ist eine völlig natürliche. Wenn wir einfach mal unsere Großeltern angucken, die irgendwie vielleicht noch eine Nachkriegszeit erlebt haben, die hatten einfach einen Vorratskeller. So, hat meine Oma jetzt noch, ist das Normalste der Welt. Einmachgläser mit für Monate alles vorbereitet. Ja, oder einfach ein paar Pakete wie Milch, Mehl, Nudeln, das ist einfach völlig normal. Also das ist aber in der heutigen Gesellschaft natürlich eigentlich dadurch, dass wir alles überall haben. Es gibt irgendwelche Kiosk, Spätshops, Tankstelle, du kriegst ja immer irgendwas. Egal wann, wirklich. Außer jetzt in der Corona-Zeit, auf einmal war es Toilettenpapier leer. Da hast du wahrscheinlich keine Probleme gehabt. Nö, nö. Kein Papier im Wald, nein. Blätter. Nee, Spaß. Aber das ist ja genau der Punkt, wie man das Ganze sieht. Ich habe keine Waffen zu Hause, ich brauche keine Waffen, sondern mir geht es eher darum, und das ist wieder so ein bisschen dieser Survival-Aspekt natürlich dahinter, zu sagen, ich will einfach ein bisschen unabhängig sein und wenn die Leute jetzt den riesen Toilettenskandal da haben, dann interessiert mich das nicht, weil ich habe halt vielleicht einfach noch ein Paket irgendwie, im Keller, so. Und das ist auch genau das mit diesen ganzen Hamsterkäufen und so weiter. Ich hatte, glaube ich, mal im Stream sogar ausgerechnet, so aus Spaß, wie weit man damit kam. Und es gab, glaube ich, auch online so einen Ausrechner, wo du gucken konntest, wie viel Blatt brauchst du und so weiter. Und dann haben wir so das überschlagen und uns so Bilder angeguckt, haben sie ausgerechnet, dass die Leute gerade Club-Apeer für drei, vier Jahre kaufen. Und ich hätte mir so... Aber manche brauchen auch mehr als andere. Meistens, Frauen brauchen meistens mehr als Männer. Ist so. Ist ein Fakt. Das hatten wir aber, glaube ich, so im Stream hatten wir das geguckt, weil auch Mädels dabei waren. So, okay, wie oft gehen die so auf Plätze und so weiter. Das war eigentlich ganz witzig, natürlich, völlig Quatsch eigentlich. Aber, ja, wie gesagt, die Prepper-Geschichte ist für mich eigentlich eher so ein... Ja, so eine kleine Sicherheit einfach. Es kann auch klassisch sein, klingt jetzt doof, aber... Ja, als Selbstständiger, du vergisst mal wieder Zeit, es ist Sonntag und denkst so... Ich habe gar nichts im Kühlschrank, ja. Vielleicht habe ich noch irgendwo was zu essen, so, ohne jetzt direkt zur Tankstelle fahren zu müssen. Aber du preppst ja nicht für einen Sonntag. Nee, also... Das ist ja schon ein bisschen aufwendiger, was du machst. Genau, aber ich würde sagen, ich bin auch der Typ... Also, zum Beispiel, Preppen sind für mich auch zwei Punkte. Einmal das Thema Ausbau seiner Fähigkeiten. Also, dass ich einfach zum Beispiel weiß, wie mache ich zum Beispiel ein Feuer auch... Oder einfach, ich meine, Fähigkeiten erweitere. Und das andere ist Material, Ausrüstung, ja, irgendwie sowas. Ich meine, ich kann mir easy meinen Rucksack schnappen, ein bisschen Essen, Trinken rein... Und ich komme da eine Woche lang irgendwie draußen im Wald klar. So, wenn jetzt irgendwie was sein sollte. Hast du einen Rucksack fertig, den du schnappen könntest, wenn jetzt irgendwas passiert? Das ist ein Fluchtsrucksack, ja. Ja, hast du das? Geil, was da drin? Habe ich auch ein Video dazu gemacht. Ja, im Endeffekt so viel anders als ein Rucksack, wenn ich jetzt, sag ich mal, draußen übernachten würde, ist es gar nicht. Außer vielleicht ein paar Punkte, dass man sagt, man hat vielleicht ein solarbetriebenes Kurbelradio dabei, um eventuell halt noch Informationen zu kriegen. Das Ding ist, viele belächeln das natürlich immer, weil das sehr, sehr weit weg ist. Aber viele haben auch vor Corona manche Sachen belächelt, als ob wir kein Klopapier mehr kriegen würden und sowas. Und keine Ahnung, vielleicht kommt halt irgendwann der Punkt, wo man sagt, zack, Internet ist weg. Oder flächendeckender Stromausfall. Ich meine, es kann ja schon irgendwie sein. Wir leben, wir sind zwar, also unsere Generation ist super friedlich aufgewachsen. Ohne Krieg jetzt zumindest direkt bei uns. Aber so weit weg war es auch gar nicht, wenn man mal in den Süden Europas guckt oder in den Südosten. Aber wenn du jetzt mal sagst, so irgendwie dreht auf einmal ein Trump und ein Putin zusammen durch oder irgendwo in Nordkorea irgendjemand und es fliegen doch irgendwo mal Atomraketen. Oder es wird irgendwo, ist ja auch so eine Thematik, wird dann unterm Atlantik, werden dann die Datenkabel durchgeschnitten. Da gibt es ja nur ein paar, wo dicke Dinger hier durchgehen und im Kriegsfall werden die beschützt, aber werden auch angegriffen. Zack, Internet weg. Es kann irgendwie doch, es kann schon irgendwie passieren. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch, aber geht es dir mehr um so konkrete, dass sowas passieren kann? Oder geht es dir nicht mehr darum, okay, ist cool das zu machen und sich zu wissen, okay, wenn was kommen würde, wäre ich vorbereitet. Und das überhaupt auszuprobieren, ist das Interessante für mich. Also absolut ist auch dieser spielische Charakter dabei, das zu lernen, auszuprobieren, zu gucken, was wäre, wenn dieser Angst-Part dabei ist, nicht wirklich groß. Oder das ist nicht das, warum ich das mache, weil ich jetzt irgendwie Angst habe, dass das passiert. Weil ich mich jetzt unbedingt darauf vorbereite, damit ich mich sicher fühle, sondern eher, weil ich das irgendwie spannend finde. Und mir das irgendwie auch, ja, ein bisschen Sicherheit, Selbstbewusstsein und sowas gibt. Und der Punkt ist ja auch, dass, ich glaube, stell dir vor, du hast deine Wohnung und es ist Stromausfall. So, ja, dann sagen die Leute, ja gut, da habe ich halt kein Licht. Ja, aber du hast dann auch keinen Kühlschrank mehr, du hast auch keine Tiefkühltruhe mehr. So, das heißt, die Lebensmittel sind schon mal schnell verdorben oder weg. Dann, wie funktioniert denn die ganze Hebegeschichte für deine Toilettenspülung, dein Wasser und sonst was? Das funktioniert ja über Pumpen auch elektrisch. Ja, es gibt, glaube ich, auch welche, die irgendwie über Druck funktionieren, aber vieles funktioniert elektronisch. Das heißt, du hast auch kein Wasser mehr. Thema Trinkwasser, Thema Toilettenspülung. Stell dir vor, du bist jetzt in einer Familie mit vier, fünf Leuten und die Toilettenspülung geht nicht mehr. Zwei Wochen lang. Was machst du denn? Also, ne, das ist ja ein realistisches Szenario, was passieren kann. So, und jetzt stell dir halt vor, dass das aber allen so geht und alle keine Ahnung haben. Ja, und wenn man dann ein bisschen Worst-Case-mäßig weiterdenkt und ja, einfach mal auch aus Deutschland rausguckt, weiß man auch, wie schnell halt auch Unruhen entstehen können. Ja, und da bin ich dann einfach froh, wenn ich so ein bisschen weiß, wie was funktioniert. Ja, oder dass ich, keine Ahnung, zum Beispiel ein Stöpsel reinmache und erst mal die Badewanne voll mache, wenn irgendwie sich was anbahnen würde. Oder dass ich ein paar Kanister Wasser zu Hause habe, Trinkwasser und sowas in die Richtung. Aber für mich ganz wichtig, nicht irgendwie spinnermäßig übertrieben und keine Ahnung, die ganzen Keller voll mit sonst was, sondern irgendeine realistische Geschichte. Aber brauchst du auch Waffen? Brauchst du Waffen? Das ist jetzt die Frage, willst du Waffen zur Selbstverteidigung? Also, wenn wir an dem Punkt sind, dass wir in Deutschland Waffen zur Selbstverteidigung brauchen, boah, ich weiß nicht, ob ich dann noch in Deutschland sein will. Also, habe ich nicht, so, könnte ich eh nicht haben, ich habe keinen Waffenschein. Das Thema Waffen zur Jagd ist in dem Fall ja eh verboten, so, ne, aus dem Jagdschein und so weiter. Also, du hast einen Jagdschein? Oder hast du mir zumindest dazu gemacht? Ich habe, ich hatte jetzt neulich, war ich eine Woche lang auf dem Praxisteil vom Jagdschein. Ich habe den Jagdschein aber nicht selbst gemacht, sondern nur mal reingeschnuppert, weil es mir dabei darum ging, ich wollte die Natur besser kennenlernen, ich wollte die Jagd mal das verstehen, ich wollte gucken, wie pirscht man sich an Tiere ran, Pferden lesen, das fand ich alles spannend. So, aber für den Jagdschein musst du den ganzen rechtlichen Kram wissen, du musst halt sehr, sehr viel lernen, auch irgendwelche Schonzeiten, welches Tier hat, heißt, das Ohr heißt so beim Wildschwein. Und ich denke mir so, das interessiert mich nicht. Also, ich habe hier quasi das rausgepickt, was ich für meinen Teil, für das Thema Outdoor und so weiter irgendwie spannend finde. Genau, und habe mich da ein bisschen einfach weitergebildet, ja. Und genau, um nochmal auf die Waffen zurückzukommen. Ich hatte, ich habe auch einen Jagdbogen und irgendwie finde ich das natürlich auch spannend und ich bin mal auf dem Schießstand so, aber mir geht es nicht darum, jetzt da irgendwie da kriegsbereit zu sein, bin ich überhaupt nicht. Man muss auch sagen, ich war bei der Bundeswehr, 15 Monate waren es, glaube ich, bei der Militärpolizei, aber ich wäre auch nie in den Auslandseinsatz gegangen. Das war auch einer der Punkte, warum ich mich nicht dauerhaft verpflichtet habe, weil du hättest ja dann dich dazu verpflichtet, auch quasi in dein Kriegsgebiet oder Krisengebiet zu fahren. Und das war für mich so absolutes No-Go, weil ich mir überdachte, nein, also warum soll ich denn freiwillig mich dieser Gefahr aussetzen und da irgendwie, das war für mich überhaupt nicht greifbar. So, und deswegen, nee, das Thema Waffen ist, ja. Was ist so das Krasseste, was du Prepper-mäßig gemacht hast, irgendwie gebaut hast, irgendwie Bunker oder diesen Container oder gehört ein Grumhaus, geht eigentlich nicht dazu, ne, weil ein Grumhaus ist ja, ist eher so Primitive Technology, Survival-mäßig. Also ich sag mal, bei dem Grumhaus geht es wirklich so um diese sehr, sehr einfachen Skates mit natürlichen Materialien, da einfach zu lernen, sei es Holzverbindungen, Stabilität, wie kriege ich mit natürlichen Materialien und ein bisschen Werkzeug, dann dachte ich, dass es da nicht mehr durchregnet, so Geschichten. Bei dieser Prepper-Camp-Geschichte, wo jetzt aber auch schon länger Pause ist, ging es eher darum, okay, wie kann ich vielleicht mit schon normalem Werkzeug, was jeder hat, irgendwelche Sachen improvisiert herstellen. Also ich hab da zum Beispiel einen Erdkühlschrank gebaut, ja. Da hatte ich halt ein Fass und ich hatte irgendwie Seile und ich hatte zwei Tonnen, die ich miteinander verbunden habe, aber wie kann ich halt in einer fiktiven Situation oder einfach, weil es mich interessiert, ja, Nahrung draußen kühlen. Und dann hast du ein tiefes Loch. Ich hab ein zwei Meter tiefes Loch gegraben, ausgeschachtet, hab dann zwei, quasi sag ich mal, Ölfässer, die Decke rausgeschnitten, das miteinander verbunden, dann reingesetzt, dass ich einen richtigen Schacht habe, dass quasi kein Erdreich nachgeht. Hab dann eine obene Kran-Konstruktion gebaut und dann ein Fass, was man dann zwei Meter tief runterlassen kann. Ja, und dann hab ich einen Erdkühlschrank. Und wenn es zwei Meter tief im Boden ist, ist es einfach kühl. Genau, hast du eine Gewässerkühle drin von ungefähr sieben Grad. Das ist zum Beispiel auch das Spannende, kleine Brücke zu dieser ganzen West-Place-Geschichte. In Bunkern, wenn du unter der Erde bist, ist es fast immer gleich kalt oder warm. Egal ob Winter, Sommer, sonst was. Da sind immer ungefähr so sieben Grad. Das heißt, wenn du draußen im Winter bei, keine Ahnung, minus zehn Grad unterwegs bist, gehst du da rein und denkst, oh, das ist aber angenehm, sieben Grad. Bist du im Hochsommer da drin, gehst du da rein, ist immer noch sieben Grad. Ja, und es ist irgendwie, wo du sagst, oh, ist ein bisschen kühl hier drin. Das ist auch ganz spannend. Und das greift dann auch wieder ein bisschen von der Verständnis auf diesen Erdkühlschrank so zurück, ja. Sehr, sehr spannend. Weißt du, ich war mal bei dem YouTube-Workshop, die machen ab und zu so Workshops für Creator und erzählen dann, ja, das ist neu, jetzt ist der Algorithmus ein bisschen mehr so und so. Und die sagen ja nichts Genaues immer, aber irgendwie so, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, einfach so ein bisschen Händchen halten und sagen, wir sind hier da für euch, so, ne. Aber das sind die netten Jungs und Mädels von YouTube. Dann gibt es immer noch ein schönes Essen, dann dazu sind alle happy. Da haben die uns aber auch mal so über Thumbnails was gezeigt. Dann haben sie deine Thumbnails genommen, dann haben sie deinen Kanal gezeigt und haben gesagt, guck mal, so müsst ihr das machen, richtig gut. Nee. Daniel? Ja, ich glaube, Daniel war auch mit dabei. Ich weiß nicht, wer es ausgewählt hat. Daniel war vorher mein Partnermanager und jetzt bin ich bei Pia, genau, ja. Das war ganz wissig, weil du es nämlich gerade ansprichst. Ich war auch öfter auf so Workshops. Und da hatten wir auch genau das Thema Thumbnails. Und wir haben so unsere Kanäle einfach so ein bisschen quasi, also die haben... Verglichen mit den anderen YouTubern, ja. Und dann waren halt irgendwie so, Beauty-Kanal, guckst du drauf? Ah, schön. Dann so zum nächsten Kanal war irgendwie, ich glaube, Kochen oder so. Ah, ja, dann würde ich das machen. Und dann kam der Klick auf meinen Kanal und die Reaktion im kompletten Raum war, Und natürlich, wenn du quasi auf meinen Kanal gehst, auf Videos gehst und diese Thumbnails siehst, wirst du komplett erschlagen und denkst so, oh, sehr, sehr aggressiv, ja, irgendwie freier Oberkörper und Schrift und sonst was. Aber natürlich a, das, was ich dort zeige und behandle, geht ja schon irgendwie um Autor, um irgendwie ein bisschen Männlichkeit, um sowas in die Richtung, dass es passt. Und dann ist auch der Punkt, wenn du jetzt so eine YouTube-Startseite siehst, dann kommen da ja keine zehn Videos von mir, sondern kommt ein Video. So, und das sticht halt dann schon eher ein bisschen raus, wenn es natürlich in so eine Richtung geht und dass Leute auf der Suche nach solch einem Content sind. Aber das hat denen auf jeden Fall sehr gut von YouTube gefallen, weil die haben gesagt, genau so müsst ihr es machen. Die haben uns gesagt, hier, also vielleicht nicht jeder auf diese, mit dieser aggressiven Wirkung, aber das alles so passt zueinander, weil es ist jedes Mal, also man sieht sofort, das ist ein Fritz Meinecke Video und es sticht voll raus aus einem anderen Video. Das ist super consistent, also das hast du schon richtig gut gemacht. Kann ich aber auch dazu sagen, Thumbnail ist, steht immer als erstes. Also wenn ich eine Video-Idee, wenn ich sonst was habe, diese Thumbnail ist so ultra wichtig. Also am Anfang habe ich das natürlich nicht gemacht. Da waren sie, ah, okay, wir brauchen noch ein Thumbnail, ja, ich habe hier ein Lager, ich habe zwei, drei Fotos gemacht, nehmen wir mal, machen Schrift drüber, das sieht man auch. Aber mittlerweile ist es wirklich so, dass das extrem viel, nein, nicht Zeit unbedingt beansprucht, aber ich mir sehr viele Gedanken dazu mache. Was zeige ich da, wie zeige ich das, was ist das Thema des Videos, was ist das, was die Leute interessieren würde. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Übernachtungsvideo mit spezieller Ausrüstung mache, zeige ich dann den Übernachtungspot, zeige ich mich eher näher mit der Ausrüstung. Also da ist wirklich sehr, sehr viel Gedankengang dahinter und da steckt auch sehr viel Zeit dahinter, weil das halt einfach so ultra wichtig ist. Das ist das, was die Leute sehen, bevor sie raufklicken. Ich meine, du weißt es selber, ja, das Video an sich ist wichtig, aber wenn das Thumbnail nicht passt, es sieht keiner aus, ja, andersrum, wenn das Video scheiß ist und das Thumbnail gut, dann klicken sie rein, aber gehen raus. Also es muss, das Thumbnail macht 50% aus, ja, das ist halt wirklich krass. Locker mindestens, ja, wir tun uns hier im Team auch immer super schnell mit Thumbnails, weil niemand von uns so, ich auch selbst absolut gar nicht so, diesen Blick für so ein klickbares Thumbnail so irgendwie haben habe ich. Ich meine, ich mache seit neun Jahren YouTube, ich habe nicht das Gefühl, dass ich wirklich gut im Kopf habe, irgendwie wie ein gutes Thumbnail zu sein. Also wir haben häufiger dann jetzt mehrere Thumbnails, die uns überlegen, okay, ist das besser, ist das besser und dann, ah, keine Ahnung, lassen wir das probieren, dass wir uns später nochmal austauschen und dann sieht man ja in den Statistiken so die Klickrate. Dann siehst du ja, okay, da haben so und so viel Prozent von den Leuten, die es gesehen haben, raufgeklickt, dann kannst du ein bisschen so hin und her schieben, aber es liegt an so vielen Parametern, weil wenn ein Video erfolgreich ist, dann sehen es viel mehr Leute, die deinen Kanal nicht kennen, die aber weniger raufklicken. Das heißt, dann klicken wieder weniger rauf. Verzerrt das alles wieder. Es ist ja echt ein Zahlenspiel. Aber und scheiß, es ist teilweise bei mir auch so, dass ich zum Beispiel bei dieser Fotogeschichte, weil ich mache ja alles draußen so, ne? Wenn du jetzt im Studio hast, kannst du ja vielleicht auch alles ähnlich machen, Beleuchtung anders, bei mir ist ja alles immer anders, so das Setting, ne? Und da gibt es teilweise auch oft wirklich so krasse Gedankengänge, wo ich mir überlege, okay, passt auf, ich bin so zu sehen. Ich habe jetzt, Beispiel, ein Messer, das halte ich jetzt vom Winkel aber so, damit das heller erscheint, weil die Sonne gerade so raufkommt. Ich brauche jetzt aber bei dem Hintergrund vom Messer keinen Baum, sondern eine Freifläche, damit die Silhouette vom Messer zu sehen ist. Hätte ich gerne aber auf der linken Seite eine Waldkante, damit wir wissen, ich bin im Wald. Also es ist wirklich so krass. Es ist, das ist, keine Ahnung, aber es ist wirklich so krass teilweise. Aber das ist das YouTuber-Business, das gehört dazu. Deswegen finde ich es auch so spannend bei dir, weil deine Videos halt im Gegensatz zu vielen anderen wirklich krass, du bist häufig alleine im Wald, baust tagelang für ein Video ja teilweise was und trotzdem hängt am Ende nach all dieser harten körperlichen Arbeit auch und du erschaffst etwas Krasses, aber ob das Video erfolgreich ist, hängt halt trotzdem zu, ich würde mal sagen, mindestens 50 Prozent sogar davon ab, wie du das eine Vorschaubild, das eine Thumbnail, wie du das gestaltest, das ist so wichtig. Madeira zum Beispiel, wo ich das Baumhaus gebaut habe, das war oben, ich weiß nicht, auf 1000 Meter und da sind immer Wolken durchgezogen und du hattest teilweise Nebel drin und fünf Minuten später hattest du wieder komplette Sonne. Krass. Und ich meine, du kennst ja selber, wenn man draußen irgendwie Fotos macht oder filmen, wenn du extreme Sonne hast, brennt das ja aus, sodass es teilweise Momente gab, wo ich gemerkt habe, jetzt zieht die Wolke rein, die Wolke zieht rein, jetzt das Thumbnail. Der Nebel kommt perfekt von hinten. Ich bin ja alleine da, ist jetzt nicht so, dass ich dann, ich da runter und aufgestellt und 10 Sekunden auslöse, weil ich ja auch keine Förmung habe, sprinte diesen Berghof auf dieses Baumhaus oben am Posieren, wieder runter, nochmal, wir brauchen noch ein. Also, das ist teilweise, ich glaube, wenn Leute manchmal zugucken würden, auch wie diese Videos entstehen, ist man ja so, was macht der da? Also, das finde ich auch ganz spannend. Dadurch, dass ich keinen Kameramann habe und mich selber filmen und das mit Absicht auch machen und das auch gut finde, weil das halt so ein authentisches YouTube-Ding ist und ich da viel flexibler bin, habe ich teilweise das Ding, dass ich Sätze mittendrin stoppe, Perspektive wechsel, weiterspreche. Ich filme mit, ich sage, Leute, ihr müsst unbedingt, diese Pflanze ist der absolute Wahnsinn, weil sie ist grün, bla bla bla. So, und wenn das aber jemand von außen sieht, dann denkt man so, was macht der da? Was ist los mit dem? Aber du hast so eine automatische Pausen drin, weil du schon, ich bin auch ganz oft schon im Videoschnitt, das ist halt auch so krass, weil ich es halt auch selber alles schneide, bin ich schon im Videoschnitt und denke mir, okay, ich hätte jetzt den Redepart, wir machen jetzt wieder was Musik, ich brauche jetzt noch eine Timelapse, jetzt brauche ich noch dreimal klopfen für den Sound. Ihr kennt es 100%. Also auch wenn ich die Videos früher komplett alleine gemacht habe oder jetzt teilweise dann auf Reisen irgendwie noch selbst mache, oder selbst wenn ich mit meinen Jungs unterwegs bin, ich habe immer im Kopf den Schnitt, immer so, okay, jetzt sind wir hier, jetzt sind wir da, nichts brauchen wir noch das, das muss, selbst auch so kleine Sounds runtergebrochen, aber das ist auch geil, weil das dieser kreative Prozess ist und man da so voll drin ist einfach. Und du merkst das Ergebnis. Ich merke es, wenn ich dann im Videoschnitt bin und das Video fertig ist, so, genau, es hat funktioniert, es hat sich gelohnt, ja, manchmal sind so kleine Gags und spielerische Sachen, was die Leute, glaube ich, viel nur unterbewusst wahrnehmen. Die gucken über das Video und sagen am Ende, krass, das war ein gutes Video, hat mich unterhalten, so, ich habe nicht abgeschaltet. Aber das ist nur passiert, weil du diese ganzen Gedanken im Kopf hattest und halt überlegst, okay, jetzt hatte ich einen zu langen Redepart, jetzt muss ich mal wieder in Bilder reingehen oder habe ich noch Zwischenschnitte, die ich drüberlege und diese ganzen Sachen. Oder Sachen, die du komplett rausgelassen hast, weil das sonst nicht gepasst hätte. Ja, gehört viel dazu. Das ist schon großen Respekt auf, dass du das so alles alleine machst, vor allem, weil du ja nicht nur das filmst, sondern auch vor der Kamera eine krasse Sache einfach machst und krasse Sachen da baust. Aber ich habe zum Beispiel jetzt beim Vloggen, beim Reisevloggen, so, ne, in der Öffentlichkeit mich selbst filmen, habe ich jetzt nicht mehr, aber so am Anfang auf jeden Fall voll so Schiss gehabt, vor der Kamera zu reden. Aber im Wald kommen nicht so viele Leute vorbei, oder? Oder kommt, passiert das, dass du da irgendwie baust und dann so ein Haus zusammenbaust und dann kommt jemand vorbei, den Spaziergänger und sieht und so, was ist denn hier los? Also das kommt jetzt nicht vor, so, aber was natürlich vorkommt, wenn ich irgendwie mal in einem Wald drehe, dass da ein Jogger vorbeikommt, ein Spaziergänger und sonst was, weiß ich, meistens mache ich dann auch eher eine Pause im Sinne von, ich will den Ton nicht drauf haben von dem, weil dann mal der Hund bellt oder ich irgendwie Fahrrad klacken höre. Aber es ist sehr, sehr selten, wenn ich jetzt wirklich mal irgendwo ein bisschen öffentlicher drehe. Aber ich kenne auf jeden Fall dieses Phänomen, also mittlerweile habe ich das nicht mehr, auch durch, ich sage mal so Insta-Stories ist das halt auch so ein bisschen normal geworden, aber gerade so vor vier, fünf Jahren, wo es das noch nicht gab und einfach so Leute auch mit so einer größeren Kammer oder irgendwie auch zu generell so rum, da war alles so, was ist denn mit ihm los? Ja, richtig. Ich hatte halt dann auch ab und zu mal ein paar Sachen, wo ich so ein bisschen vlogmäßig was gemacht habe, weil es halt dazu gepasst hat, so ein paar Szenen, wo ich wohin gereist bin oder auf einem Event war und da weiß ich noch anfangs, das war schon irgendwie unangenehm oder auch wenn du im Flugzeug bist, weil ich sage, und dann sitzt du einfach so und denkst, ich will jetzt noch so eine Szene haben, und ich denke mir so, der sitzt hier, also, ja, und ich rede rein und dann am besten machst du die Szene so viermal, weil du dich versprichst und dann piep piep piep, aber da irgendwann hast du da einfach so ein Selbstbewusstsein entwickelt, wo du sagst so, komm, ich mache jetzt hier mein Ding und fertig, also irgendwie blende ich viele Sachen auch aus, so. Ja, was noch? Ich hatte, irgendwann hatte ich auch, ich weiß gar nicht, was da genau war, neulich die Geschichte, wo ich mit Freunden irgendwas gemacht und gedreht habe, unterhalten und dann mal in die Nachhinein, oh, aber habt ihr gesehen, wie die alle geguckt haben, wie die alle geguckt haben? Ich so, hab ich nicht mitbekommen können, ich war voll in meinem Fokus drin, ich hab mein Ding durchgezogen, die haben alle geguckt, ich so, keine Ahnung, also, ja. Ja, finde ich lustig, dass sie in vielen Bereichen jetzt so gleich denken, weil ich denke auch, dass zum Beispiel mit den Insta-Stories, das hat voll genau das ausgelöst, das so normal geworden ist, weil so viele Leute halt, auch die nur für ihre Freunde halt ihre Insta-Stories machen, halt anfangen in eine Kamera, in ein Handy reinzusprechen. Genau, das ist so normal geworden. Das hat es für uns Vlogger leichter gemacht, auf jeden Fall. Du hast aber auch negative Erfahrungen mit Zuschauern gemacht. Du bist ja sechs Monate zum Beispiel, hast du gewohnt, in deiner G-Klasse. Genau. Zu den negativen Sachen kommen wir gleich, wir fangen erstmal an, weil in der Show hab ich noch gar nicht darüber gesprochen mit dir. Wie bist du auf die Idee gekommen, sechs Monate in deinem Auto zu wohnen? Und vor allem jetzt nicht irgendwie, weißt du, so Vanlife gibt es ja schon häufiger, dass man so einen kleinen Campervan ausbaut, so ein VW-Bus zumindest, wo es ein bisschen Platz mal auch ein bisschen drin hat. Ne, G-Klasse. Ich hatte ja selbst eine. Da ist ja, da ist nix. Also das ist jetzt nicht viel Platz. Das sieht von außen noch größer aus als von innen. Ja. Wieso? Wieso? Man muss dazu sagen, dass ich halt irgendwann Bock hatte, das kam durch Marvin, hatten wir ja vorhin schon als Thema, der ja so Autoumbauten macht, generell zu sagen, also ich war bei ihm, so, er hatte glaub ich, weiß gar nicht, irgendein Fahrzeug, ich glaub seinen T5-Bus damals, abenteuermäßig, und ich dachte mir so, ich brauch auch ein Fahrzeug. So, ich hab, weiß gar nicht, was ich damals noch gefahren hab, ich glaub genau eine Audi S3 hab ich gefahren. Ähm, also das komplette Gegenteil. Ja, komplett. In Rot, so, kann man sich gar nicht vorstellen. Aber hat auch Spaß gemacht. Aber ich dachte mir so, ich brauch ein Abenteuerfahrzeug. Ja. So, und dann hab ich halt mich erkundigt, reagiert, okay, G-Klasse, Bundeswehr, robust und keine Ahnung, und hab halt überlegt, okay, mach ich, baue ich aus, will auch mal drin schlafen. Und im Endeffekt war es als Überlegung zu sagen, okay, ich kann Roadtrips mitmachen, so, ja, einfach unterwegs sein. Und der andere Gedanke war tatsächlich dieses Thema, okay, ich will nicht auf irgendwelche Hotels angewiesen sein, ich bin viel unterwegs, ich, ne, wie jetzt hier, dich irgendwie besuchen können. Ich will einfach irgendwann losfahren, weil es mir passt am Sonntagabend, und auf der Hälfte der Strecke penne ich dann, und heute Abend penne ich da auch wieder. Dieses, dieses Freiheitsgefühl, diese Flexibilität, dass ich auch sagen könnte, wenn ich jetzt hier nach keinen Bock habe, fahr ich wieder zurück. Oder irgendwer klingelt und sagt, hey, kommst du nach Düsseldorf? Ich bin unterwegs. So, ich hab alles dabei. Und daher hab ich mir das alles aufgebaut. Das heißt, die Basis des Autos an sich stand schon. So, und dann, ähm, letztes Jahr im Sommer, klassische, äh, warme Sommernacht, bin ich nach Hause in meine Wohnung gekommen, was damals noch eine sehr, sehr, kleine Einraumwohnung war. Und ich lege mich so kurz ins Bett, guck an die weiße Wand und denke mir so, wir haben Sommer, was mache ich hier? Hab meinen Deckel geschnappt, hab mir eine Flasche zu trinken, ins Auto rein, bin los. Wie gesagt, war ja alles schon vorbereitet. An See war da irgendwie baden, weil es so ultra warm hat mich reingelegt und gepennt. Nächster Abend war genau das gleiche wie der ultra warm. Ich sag, ey, ich penn jetzt wieder im Auto. Und das hab ich so drei Tage gemacht. Aber ist nicht im Auto auch ultra warm im Sommer und unangenehm warm? Ja, abends kühlt's ja dann runter. Und der Trick ist in den warmen Sommernächten baden zu gehen, leicht frierend rauszukommen, abtrocknen und ins Bett legen und schlafen. So. Und wenn du früh wachten wirst von der Sonne, weil es wieder warm ist, gehst direkt wieder baden. So, das war die Idee dahinter. Hat funktioniert. Weil zu Hause bin ich aber duschen gegangen. Und genau, das hab ich so drei Tage gemacht und dachte ich mir so, ey, eigentlich passt gerade meine kompletten Umstände in mein Leben. Ich probier jetzt einfach mal nur hier drin zu schlafen. Ich hab meine Wohnung noch, ich arbeite da, so hab mein Kram, Videoschnitt und alles businessmäßige. Meine Küche, mein Bad, aber ich schlaf da immer nur drin. Und dann so 14 Tage später dachte ich mir so, okay, irgendwie ist das geil, was kann ich noch outsourcen? Vielleicht nehm ich mir noch die Küche auch mit in mein Auto rein, sodass ich die Küche zu Hause nicht mehr nutze, sondern nur im Auto. So, und dann kam irgendwie das nächste dazu und das nächste dazu. Dann hab ich angefangen, okay, das Bad brauche ich eigentlich auch nicht, weil ich habe Mitgliedschafts- und Fitnessstudio-Kette, die überall in Deutschland ist, 24 Stunden offen hat, kann ich duschen. So, das heißt, Thema Internet und so weiter. Und dann ging eins zum anderen und dann habe ich halt gemerkt so, ich kündige jetzt meine Wohnung. Ich glaube, das war wirklich so nach drei, vier Wochen, ich kündige jetzt einfach. Also der Gedanke tatsächlich, den hatte ich vorher immer mal wieder zu sagen, wie krass wäre das, einfach Wohnungkündigen, so im Auto leben. Und mir war aber klar, dass das nur ein Projekt ist. So, also ob ich das jetzt, also mal mindestens drei, vier Monate mache, weil sonst hätte ich die Wohnung nicht kündigen brauchen, war mir klar, vielleicht ein Jahr, aber mehr hätte ich sowieso mir nicht vorstellen können, so. Und dann habe ich das einfach gemacht, ich habe meine Wohnung gekündigt, ich habe da drin gelebt, habe weiter produziert, habe meine Videos geschnitten, habe Freunde besucht, war wie in Österreich, war in Italien, Frankreich, keine Ahnung, Norwegen, Schweden, überall, Tschechien, Polen, einmal rundherum. Und ja, war einfach eine geile Zeit. Und dann ging es Richtung Herbst rein, wo es dann nass wurde, ungemütlich, früher dunkel, wurde einfach gemerkt, dass so, ja, das geht schon, klar geht das, gar kein Problem. Aber es ist irgendwie nicht mehr so cool. Und dann ging es langsam in den Winter rein, im Dezember, wo es um 16 Uhr dunkel ist, wo es vier Tage lang durchregnet und, naja, ich habe keinen Bus. Ja, du kannst ja nicht mal da sitzen, also auf dem Fahrersitz. Kann ich auf dem Fahrersitz, das war's. Und liegen kann ich quasi in meinem Bett, das ist auch cool, aber die Fläche bis nach oben ist zocker so. Also ich kann nicht aufrecht, so kann ich oben, wenn ich auf meinem Bett bin, sitzen. Das heißt, du hast auch gar keine Fläche, wo du jetzt mal sagst, ich kann einfach mal irgendwo sitzen. Und kochen kannst du auch nur draußen eigentlich richtig, oder? Kochen kannst du nur draußen, weil es hinten quasi zum rausziehen ist. Ja, das heißt, du brauchst einen Unterstand irgendwie, wo du da kommen kannst. Genau, ich habe dann oben so einen Tarps, so einen Minitarps gespannt, aber, sei mal ganz ehrlich, wenn es drei Teile, das Tarps und alles musst du ja wieder reinkriegen ins Auto. Das Thema war auch, man sagt ja immer, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt noch schlechte Kleidung. Ich habe kein Problem, im Regen draußen unterwegs zu sein, aber der normale Punkt ist, du bist glitschnast, kommst in deine Wohnung, ziehst das aus, ziehst dir frische Lamonten an, gehst duschen, alles gut. Ja, jetzt kommst du aber mit komplett glitschnassen Sachen in dein Auto rein, die werden ja nicht trocken. Und du hast komplett 70, 80% Luftfeuchtigkeit in dem Auto, wo du lebst und wo du schläfst, wo ich dann angefangen habe, okay, ich habe mir einen Luftentfeuchter geholt, ich habe versucht, die Feuchtigkeit rauszubringen. Ich habe mir dann im Endeffekt eine Standheizung einbauen lassen, da funktioniert es auch recht gut, also geht die Feuchtigkeit gut raus, muss ich aber dann jeden Morgen anmachen. Und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, das ist nicht das, worauf ich jetzt Bock habe. Ich kann mir das sehr gut vorstellen über den Sommer, Frühlings, Herbstzeitraum, aber auch wirklich ein Riesenpunkt ist das Thema Dunkelheit. Weil es ist ab 16 Uhr dunkel, was machst du dann? Zuhause bist du bei Freunden, du bist am Schreibtisch, du gehst dann wo essen, keine Ahnung und so. Aber du sitzt dann in deinem Auto, es ist dunkel und denkst du, was mache ich denn jetzt hier? Es ist 16 Uhr. Und das war halt so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich behalte das Auto, das ist auch alles, wie gesagt, ich habe heute drin geschlafen, ich habe gestern noch wieder drin geschlafen. Ja, du stehst auch hier im Hof bei uns. Im Hof, genau. Das macht auch Spaß, aber dieses 100%ige Leben in der G-Klasse habe ich quasi damit beendet. Und hast du denn eine Wohnung? Genau, ich habe mir eine Eigentumswohnung geholt, habe mir da jetzt auch einen Streamingraum reingebaut. Sogar so ähnlich wie hier, ich habe nämlich ein Backstein-Riemchen-Wand verlegt und habe auch ein winchester-Sofa drin. Ach ja. Ja, ich mag den Stay einfach. Ich bin gar nicht dieser RGB-Neon-Sindswas-Typ. Ich finde es einfach sehr gemütlich und urig hier. Das ist genau meins hier. Da bin ich geil. Und genau, ich stream halt öfter auch so ein bisschen nebenbei. Und dann brauchst du ja auch irgendwie so ein Studio. Du bist wieder sesshaft geworden. Ja, sesshaft. Durch Corona tatsächlich ein bisschen. Also ich war sechs Monate, also ich hatte übrigens keinen Bock auf Winter und war deswegen noch sechs Monate wahrscheinlich. Sechs Wochen auf Madeira. Ursprünglicher Plan war ich mit dem Auto hinzufahren, aber es fuhren halt keine Fähren zu dem Zeitpunkt, als ich hingeflogen bin. Da war ich noch zwei Wochen in Österreich mit Revi und Co. Und war halt wieder viel unterwegs, bin auch jetzt viel unterwegs. Aber es geht einfach darum, dass ich irgendwo eine Basis habe, wo ich mein Zeug habe, wo ich meine Ausrüstung habe, wo ich auch einen Schreibtisch habe, Wäsche waschen kann. So, wenn ich das aber nicht will, dann setze ich mir mein Auto im Verlust. Einfach die Möglichkeit zu haben. Einfach auch, dass man im Kopf weiß, man ist so frei, man kann überall hier zu gehen. Man hat einfach eine Basis irgendwo. Ja. Und wie war die Umstellung dann wieder auf? Man hat auf einmal wieder eine Wohnung? Ging easy? Was halt das krasse ist, das, was für die meisten selbstverständlich ist, für jeden, ist für dich plötzlich purer Luxus. Du sitzt einfach hier und sagst so, boah, ich könnte mal duschen gehen jetzt. Das ist irgendwie ein bisschen warm. Normal sitzt im Auto und denkst so, hm, okay, ich guck mal, wo es nächste Fitnessstudio ist. Okay, 35 Minuten, okay, dann fahr ich da erst mal hin. Also weißt du, so viele Sachen oder, ich hatte ja auch keinen Kühlschrank drin. Viele haben ja auch in ihren Campervans Kühlschränke, aber ich sag, brauche ich nicht. Ich wollte es sehr minimalistisch halten. Aber diese ganzen einfachen Sachen so, dass du Platz, ich kann mich einfach mal wohin setzen. Ich kann mal irgendwo laufen. Die Strecken, ohne rauszugehen. Genau. Also das waren viele, viele Sachen, die einfach normal sind, waren für mich plötzlich wieder absoluter Luxus und geil. Aber so eine G-Klasse war halt die Idee auch damit so richtig, nicht nur von, weil du machst ja nicht so eine tiefgreifende Einschränkung des ganzen Erlebnisses, Wellen-Life, nur dafür, dass du ein geiles Auto hast. Sondern der Grund für die G-Klasse war auch wirklich, dass du damit irgendwie Offroad dann an Orte kommst, wo du mit was anderem nicht hingekommen wärst, oder? Genau. Also zwei Punkte A. Ich finde das Auto natürlich einfach geil von der Optik. War schon ein wichtiger Punkt. Ja, absolut. Ist auch geil. Ich sag mal ganz ehrlich, jetzt, wenn wir mal den Offroad-Part rausnehmen, ist es natürlich völlig ineffizient ineffektiv. Das sieht geil aus, ja, also für meinen Geschmack. Aber platzmäßig, völliger Quatsch. CW-Wert wie eine Schrankwand verbraucht, also das ist, ne? Aber es ist einfach so ein Abenteuer-Lifestyle irgendwie. Tatsächlich fahr ich mit der zu 99% Straße. Aber, was ganz spannend ist, genau diese letzten 1% machen dann oftmals einen geilen Platz aus, wo du plötzlich irgendwo stehst, wo halt kein anderer hinkommt. Also ich hab halt einfach an Orten übernachtet und stand an Orten, wo der normale einfach nicht hinkommt, wo auch der normale T5-Bus dann plötzlich nicht hinkommt. Das ist halt dann schon geil. Das war der krasseste Ort, an dem du übernachtet hast in der ganzen Zeit. In der G-Klasse? Ja. Boah, krass, es ist schwer, weil die so ziemlich unterschiedlich sind. Ich kann mich aber an eine Situation erinnern, die ich ganz witzig fand, die mir jetzt gerade einfach noch im Kopf kommt. Da waren wir in Italien, da waren noch zwei Kumpels mit, stand irgendwo oben auf, ich glaub über 2000 Meter war das. Also wirklich mit 360 Grad rundum, richtig, richtig cool und stehen da und ich werde nachts wach. Keine Ahnung, irgendwie das Auto am Wacken, ich denke schon Wind oder keine Ahnung. Guck auf die Uhr, 2 Uhr 30, völlig alles dunkel und greife nach vorne und ich hab vorne so ein Schaltpanel, wo ich meine Lichter anmache mit rundum Beleuchtung. Gucke nach vorne durch, mach das Ding an, in dem Moment komplette Beleuchtung und sehe, wie eine Kuh an meinem Bullenfänger ist und so macht. Und ich so, ich fand total witzig und in dem Moment habe ich dann halt irgendwie so ein bisschen gehubt. Ich dachte, du kannst das mal lassen vielleicht, so ich will schlafen. Daraufhin sind alle anderen wach geworden, haben auch die Lichter angemacht und es war halt einfach total, ja komisch irgendwie, weil dann diese Kuh da vorne auch dran war, dann ist sie weggegangen, dann bin ich ausgestiegen und dann hat man halt gesehen, dass die vorne anscheinend das ganze Auto abgeleckt hat. Vorher war überall so Schlorder dran und keine Ahnung, war jetzt nicht der ultra heftige Platz, aber es war einfach eine witzige Story. Ja, das hört sich auf jeden Fall schon ziemlich, ziemlich cool an. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, war erst das Hobby da, zum Beispiel Lost Places auch, haben wir schon in der Show drüber gesprochen, die zu erkunden und Geocaching und dann kam später Video dazu, dass du es auch gefilmt hast oder war das so parallel? Ne, tatsächlich kam, also die ganze Geschichte fing mit Geocaching an, hat sich von dem Geocachen so ein bisschen in diese Lost Place Geschichte verlagert, weil es damals auch noch viele Geocaches auf zu Lost Places gab, auch mit Story und allem. Kann man sich so ein bisschen wie so ein Exit-Game vorstellen? Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass diese Exit-Games teilweise aus dieser Geocaching-Bewegung entstanden sind, weil das ist eins zu eins das Gleiche, nur dass man es halt einfach heimlich irgendwo in irgendwelchen verlassenen Gebäuden gemacht hat, so. Und es war, da waren irgendwelche Sprachmodule, wir waren nachts unterwegs, hatten irgendwelche QR kurz am Scannen, irgendwelche Laserpointe, irgendwelche Hallen gingen mit Umklappspiegeln, also völlig geil. Also jemand baut in so einem verlassenen Haus, baut ein Spiel auf und jemand anderes, also du in dem Fall, kommt an und versucht das zu lösen und bekommt am Ende dann den Geocache, also den kleinen Schatz, den man dann wieder neu versteckt. Am Ende ist ja mal ein Buch, wo man sich reinschreibt, ist ja mal ein Gästebuch quasi. Und ich habe damals auch selbst aktiv so eine Dinger gebaut, so. Und da habe ich auch die ersten kleinen Videoclips für gedreht, also Spezialeinheit, du musst es nicht, da kam auch das Thema hinzu, irgendwie abseilen und klettern habe ich dann sehr viel gemacht, wo ich mich dann, ich habe, in einem Gebäude bin ich irgendwie nach oben auf so einen Balkon rauf, da war ein Wartungsgitter, das haben wir aufgeschraubt, das war 15. Stock und sind von da aus in den kompletten Wartungsschacht parallel zum Fahrstuhl runter, bis ganz im Keller. Hast du nicht Angst, dass irgendwie sowas mal dann irgendwie, du kannst es ja nicht wissen, du musst hoffen, du kannst ein bisschen vielleicht das Risiko einschätzen, so ein bisschen, aber nie genau. Du musst drauf hoffen, du kannst ja nicht mal auf irgendjemanden vertrauen, du musst einfach drauf hoffen, dass das gerade nicht einschutzgefährdet ist und da irgendwie jetzt irgendwas gleich snappt und zack fliegst du runter. Oder irgendwas fällt auf dich rauf, ne, eine Decke bricht ein oder ein Stein ist irgendwo los und fällt runter, das ist schon ein Risiko, was man für sich selbst eingeht. Ja, also absolut klar ist da ein gewisses Risiko dabei, ich habe da immer noch auf mein Bauchgefühl gehört, es gab viele Situationen, wo ich gesagt habe, okay, die Etage gehe ich nicht mehr hoch, auf den Dachboden gehe ich auch nicht drauf. Es gibt halt auch so bestimmte Sachen, wo du dann, wenn ich zum Beispiel eine Etage höher gehen will, gehe ich, ich gehe immer erstmal unten durch, ich kämpfe mich immer von unten nach oben, weil ich mir schon mal die Decken angucken kann. Und wenn ich sehe, dass da oben der Putz runter bröckelt und es feucht ist an der Decke, dann gehe ich die Etage oben nicht mehr drauf. Weil von oben siehst du es vielleicht gar nicht, aber es ist schon durchgemodert, ja. Oder das ist wirklich so ein Bauchgefühl. Natürlich ist es ein gewisses Restrisiko. Ich kann mich einmal daran erinnern, da bin ich durch so ein Fenster durch, wo so Glasbausteine ursprünglich mal drin waren, die waren kaputt geklopft. Warum auch immer, ich stehe in diesem Fenster und will innen drin aufstehen und rausgucken und gehe halt mit meinem Kopf in so einen Glasbaustein, der quasi so oben dran war und zerschlagen da rein. Also mit der Spitz war. Genau, komplett spitz und dann fasse ich hier hinten an meinen Kopf, mache so und sehe halt Blut und Haare. Oh mein Gott, aah. Unangenehm. Oh, nicht so unangenehm, nur so zuzuhören. Es war tatsächlich dann, also ich muss in Notaufnahme so, die haben das dann geklebt, haben die das tatsächlich. Also sozusagen, das hat der richtig in den Kopf reingeschnübt. Da bist du auf den Schädel drauf, ja. Einmal so, also wie eine, keine dünne Scherbe, sondern wie so ein Stein, ein Glasbaustein, der als Spitz ist und dann einmal richtig auf den Schädel drauf. Fuck. Das ist so eine Sache, die passiert ist aus Dummheit, aber klar, das, aber das kann ja, weil da kannst du auch zu Hause irgendwie auf den Nagel treten oder weiß ich nicht. Die meisten unfiltert aus jedem eigenen Haushalt, ja. Genau, natürlich, und dann ist es wirklich so ein Bauchgefühl. Ich sollte mich natürlich nicht irgendwie an einem Geländer festmachen, was irgendwie da unten angerostet ist oder so, ne. Oder gerade beim Klettern haben wir dann teilweise halt auch mehrere Ankerpunkte gesetzt, die miteinander verbunden, dass wenn einer jetzt nicht halten sollte. Du kannst es nie ganz ausschließen, ja. Aber wenn du jedes Risiko komplett vermeiden willst, dann kannst du nichts mehr machen. Ja, richtig, klar. Und das, ja. Da muss man einfach für sich selbst einschätzen, welches Risiko geht man ein und dafür hat man irgendwie solche Erlebnisse. Ja, und du solltest dich halt auch nicht irgendwie leiten lassen, so jetzt um irgendwie extra cool zu sein. Oder wenn dein Bauchgefühl schon sagt, ist jetzt einfach nur noch mal zu heftig oder ich vertraue dem nicht, dann, ja, dann lass es lieber, ja. Und du brauchst natürlich bei sowas ganz klar Vertrauen ins Material. Also wenn ich jetzt zum Beispiel klettern gehe, ja, viele haben ja, oder die Leute, die Höhenangst haben, ja, du brauchst als allererstes Vertrauen in den Gurt, in das Seil, in die Karabiner. Ja, wenn du das nicht hast oder wenn ich da nicht rantastest, ja, dann geht es halt auch nicht, ne. Man muss aber dazu sagen, ich hatte eigentlich ursprünglich Höhenangst. Also das habe ich, ich hatte wirklich, als ich kleiner war, zum Beispiel meiner Oma und Opa waren wir auf Bundeskartenschau und da waren so Aussichtsplattformen, alles abgesichert. Ja, da waren hunderte Leute drauf, bin ich nicht hochgegangen, hatte ich komplette Panik vor. Weil? Einfach aus Höhenangst raus und tatsächlich über das Geocachen habe ich diese Höhenangst selbst überwunden. Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist, wenn es um das Thema Höhenangst geht und quasi die Bewältigung davon oder generell so Ängste zu bewältigen ist, erst einmal, dass man das selber für sich wollen muss. So, wenn jetzt jemand anders zwanghaft sagen will, komm, du hast Höhenangst, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Es muss erst einmal selber derjenige sagen, okay, ich will daran arbeiten. Wenn das nicht passiert, brauchen wir gerade jetzt anfangen. Und wie kriegt man die Personen dazu? Ja, und bei mir war der Punkt, wir haben den Geocache gemacht, wir waren in einer Gruppe unterwegs, alte Fabrikhalle. Und der Hinweis war, der nächste befindet sich auf der Wartungsleiter oben in der Hallendecke. Und wir stehen, gucken nach oben in die Hallendecke, Industriehalle, 10 Meter hoch, keine Ahnung. Und da war so ein Gitter, wie man es kennt, mit so einem Reling. Und da oben war der nächste Hinweis. Keiner hat sich getraut. Und ich dachte, ich will weiterspielen. Ich will weiterspielen. Und dann bin ich da hoch und du siehst ja dann durch dieses Gitter 10 Meter runter. Jetzt ist es für mich alles entspannt, aber ich bin da wirklich so, ich bin da so lang festgehalten. Und dann bin ich da, sehe den Hinweis und es war ein QR-Code zum Scannen. Die standen alle unten und haste, haste. Ich so, ja, ich nehme mein Handy raus, mache die App zum Scannen, mache so. Ich so, Leute, ich kriege es nicht gescannt. Es geht nicht. Und dann habe ich mich hingesetzt, mein Handy weggepackt und habe mich jetzt hingesetzt. Ich habe gesagt, okay, pass auf, ich bleibe jetzt so lange hier sitzen, bis mein Körper sich daran gewöhnt und ich das scannen kann. Und das war auch ein, das war wirklich Zufall, dass das jetzt auch ein Code war und so weiter. Aber das hat mir gezeigt, dass wenn ich in so Situationen bin, was jetzt so Höhenangst angeht, einfach erstmal hinsetzen, hinsetzen, entspannt. Du musst es erstmal lügen lassen. Und ich habe, glaube ich, so 5, 6 Minuten gebraucht, habe ich es rausgenommen, habe mich immer noch bewegt, aber ich konnte es scannen. Und da war für mich halt dieses Riesen-Erfolgserlebnis, wo ich gemerkt habe, okay, du musst dich halt, du musst dir auch ein bisschen Zeit geben, sich an diese Situation zu gewöhnen. Gut, manchmal muss man auch ins kalte Wasser springen, einfach, beim Pfeilschirmsprung oder sowas vielleicht. Aber das war eine mega spannende Erfahrung. Man kann auf jeden Fall meistens viel mehr schaffen, als man sich selbst irgendwie so vorstellt. Ganz viel, als im Kopf grenzen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die für mich mit der Longboard-Tour damals, also die größte Lektion für mein ganzes Leben war, also wir hatten davor, ich habe ein paar Monate vorher überhaupt erst mit Longboarden angefangen, bin nie mehr als ein paar Kilometer in der Stadt gefahren. Und dann ging es am ersten Tag, 30, 50, 60 Kilometer dann los unter der brennenden Sonne, alle Sonnenbrand bekommen auch und so weiter. Aber egal, nächsten Tag ging es dann weiter und am Ende stehst du dann da und denkst, fuck alle, wir sind gerade durch komplett Deutschland durchgefahren. Wie haben wir das geschafft? Ja, und niemand hätte vorher gedacht, dass wir das schaffen, wir selbst eigentlich auch nicht. Wir haben einfach immer weiter gemacht. Du schaffst mehr, als du denkst, musst einfach häufig mal probieren. Ich habe gerade ganz übersprungen noch bei der ganzen G-Klasse-Thematik. Wir wollen ja noch wissen, was sind denn die negativen Punkte gewesen, weil da sind ja auch krasse Sachen passiert. Also mit Zuschauern. Mit Zuschauern. Ja, also tatsächlich gab es ein paar Situationen, also natürlich, mein Auto ist sehr auffällig, so. Ich habe mein Auto immer preisgegeben. Der Name steht drauf. Der Name steht drauf, stand da am Anfang nicht. Das ist natürlich auch ein bisschen Werbung, die irgendwie damit rumfährt. Bin ich natürlich auch selbst dran schuld. Aber ich bin immer ein bisschen davon ausgegangen, vielleicht ist das ein Fehler, dass es so ein bisschen gesünder Menschenverstand irgendwie da ist. Und wenn man zum Beispiel das Auto sieht und natürlich durch Stories Instagram weiß, okay, der ist gerade in Österreich unterwegs, der schläft da drin, dann ist es nicht cool, um sechs Uhr früh zu klopfen und zu fragen, ob man irgendwie Fotos machen kann. Und ich denke mir so. Das sind Leute, wo standest du? Ich stand irgendwie an so einem Waldparkplatz an der Seite, also nicht in einer Stadt oder so. Ja, und wir haben halt geklopft so und ich habe dann im Halbstart die Tür aufgemacht und ich liege auf der Höhe und ich stehe da mit ihrem Kopf hier, eine fremde Person, die ich nicht kenne. Und dann können wir ein Autogramm machen und Fotos machen. Wir sind gerade seit einer Stunde unterwegs und haben dich besucht. Und ich so, ich bleibe in der Situation so gut wie immer ziemlich tiefenentspannt, weil ich mir denke, es bringt jetzt nichts, dich hier irgendwie jetzt anzugreifen oder sowas. Aber meistens habe ich das dann mit den Leuten oder mit der Community im Nachhinein halt thematisiert, um halt zu zeigen, ey Leute, irgendwo ist eine Grenze. Bei meiner alten Wohnung gab es... Hast du da ein Foto gemacht oder nicht? Ich habe ein Foto gemacht, ja. Du hast da eigentlich ein Foto gemacht? Oh krass. Ich bin auch immer am überlegen, in solchen Situationen, zum Beispiel auch, weiß ich, wenn ich zum Beispiel mit der Familie oder mit der Freundin bin. Und wenn wir irgendwie essen, dann möchte ich keine Fotos machen. Ich finde, das gehört sich nicht, dass man dann jemanden da rausholt aus der Situation. Also, weißt du, sitzt gerade, du hast gerade ein schönes Essen vor dir, genießt irgendwie diesen privaten Moment. Und dann kommt einer, sagt, können wir ein Foto machen? Zieht dich raus aus dieser Situation. So, ich denke, ich finde es nicht cool, aber ich mache meistens dann trotzdem das Foto, weil ich bin eh schon gestört. Ja, ja. Ich bin schon gestört, der private Moment ist schon erstmal kaputt gemacht für den Moment. Es ist eh schon zu spät eigentlich. Genau, und dann mache ich das Foto und fertig. Weil wenn ich jetzt sage, nee, sorry, ich mache keine Foto, wenn ich mich erklären muss, das als erstes wird eh nicht verstanden. Das Problem ist schneller gelöst, wenn du einfach das Foto machst, wenn du bist und vielleicht im Nachhinein versuchst, über die Community, was weiß ich, das anzusprechen zu sagen, aber meistens hilft es auch nicht. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, damit legitimierst du halt die Leute, die es machen, weil die haben Erfolg bekommen. Die haben das Foto bekommen, damit, dass sie dich gestalkt haben, morgens um sechs und ich an dem Waldstück aus dem Schlaf gerissen habe, den sich an dein Auto geklopft haben. Also what the fuck. An Weihnachten, gleiche Situation, ich wollte meine Familie essen, kamen Leute an den Tisch, haben gefragt, ob wir Fotos machen. Ich war, nachdem ich in Afrika war, zurück, wieder in Berlin mit meinem Auto unterwegs, stehe wirklich an einer Riesenkreuzung, kommt einer über diese Kreuzung, vollgefahrene Kreuzung, gerannt bei mir ins Auto, völlig hysterisch, geht an meine Tür, will die aufmachen, auf der Beifahrertür. Zum Glück, ich habe ja, dann ist alles dicht normalerweise, rennt rum, ist schon so halb am Trommeln, so freut's, 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 ich mache meine Scheibe so ein Stück runter, weil ich irgendwie einfach nur kommunizieren wollte. Er drückt seine Hand rein, wie musst du die Hand schütteln. Wie ein Zombie, jetzt ist es, dafür musst du breppen. Das war so das Gestörteste, echt, wo ich dachte so, fahr dich mal runter, es war richtig hysterisch. Andere Situation hatte ich neulich, da bin ich in so ein Wohngebiet reingefahren und sehe schon mir entgegenkommenden Fahrradfahrer, der schon so guckt, also ich erkenne ihn mittlerweile, das ist so der Blick für. Und dann fahr ich und sehe im Spiel hier schon, oh, der wendet. Der wendet, fängt an hinterher zu sprinten. Ich denke dann so, was soll das? Also, sprinte mir doch jetzt nicht hinterher. Ich, Gasse gehen, in diesem Wohngebiet, Schleifen gefahren, dies, das, hab mich in so einer Sackgasse hinten versteckt, geparkt, weil ich halt auch familiär unterwegs war oder Familie besuchen wollte. Stehe dann da und irgendwann, hab dann noch kurz gewartet, kommt er dann mit seinem Fahrrad an, ich hab dich gefunden, ich hab dich gefunden, ich hab grad die ganzen Leute gefragt, die haben mir immer gesagt, wo du abgebogen bist. Nein. Aber nicht, dass du das falsch verstehst, ich bin jetzt nicht so ein Groupie-Fan oder sowas. Und ich denk mir so, hörst du dir gerade selber zu? Und ich guck dich jetzt auch eigentlich nicht so oft, aber, ja. Das sind immer die Besten. Also, ich möchte ein Foto für meine Schwester, möchte ein Foto machen. Und dann kommen sie an und dann, ach, die Licht ist nicht so gut. Kannst du mal so rumdrehen? Ja. Also, irgendwie ist es ja auch eine Bestätigung, ist ja auch cool, dass das, was du machst, und wir, äh... Die meinen es meistens ja nett. Ja. Aber ich, es ist halt, in dem, in dem Moment ist es scheiße. Also, ich glaub, es ist halt so ein schmaler Grad, weil auf einer Seite ist man natürlich auch super dankbar dafür, dass dank solcher Leute oder dank überhaupt Zuschauern kann man ja das machen, was man macht. Genau. Und dafür sollte man extrem dankbar sein und sich viel Zeit auch für solche, ähm, für Autogramme und Fotos nehmen. Auf der anderen Seite muss man es aber nicht immer machen und man muss nicht 24-7 verfügbar sein für die Leute. Und bestimmt nicht in so privaten Momenten, wenn man zum Beispiel die Familie besucht oder mit dem Essen ist oder sonstige Sachen. Das muss man, das muss man auf keinen Fall. Ging es dir bei dir ziemlich schnell, sodass du in diesem, so, auf einmal so bekannter warst, Leute dich angesprochen haben, oder wie war der Prozess so für dich? Nee, der war wirklich, ähm, Stück für Stück ganz langsam. Also, ich habe, wenn man sich jetzt so, ich mach das Ganze seit fünfeinhalb Jahren, ähm, und das ist im Endeffekt, ja, es ist eine Kurve, die hochgeht, die immer mal wieder einen kleinen Sprint drin hatte, die aber auch immer mal wieder eine kleine Ruhe Pause drin hatte, was jetzt so, ich sag mal, Wachstum angeht, aber auch das Thema, ähm, ja, wie sich das entwickelt mit Zuschauern und so weiter, ne? Ähm, klar, durch das Thema mit der G-Klasse ist dieses Ganze öffentliche, ähm, stärker geworden, weil ich plötzlich halt ganz klar erkennbar bin. Weil wenn ich jetzt so durch die Stadt laufe und mich Leute erkennen, sind sich manchmal auch nicht so sicher, weil du siehst ja nur im Augenwinkel, aber dieses Auto ist natürlich so einzigartig und so präsent, dass, äh, da brauchen die Leute nicht überlegen, so. Und dann gucken sie aufs Nummernschild oder auf die Seite mittlerweile, weil da mein Name draufsteht, ja. Also, von daher ist, ist das halt so klar geworden, das, das hat, das war dann so, wo es wirklich nochmal so einen Klick gegeben hat, wo ich dachte, oh, jetzt wird's aber echt grad viel mit dieser ganzen Zuschauergeschichte, ja. Und generell, was jetzt so Wachstum, Kanalwachstum angeht, ist halt wirklich so, das, ja, aber das kennst du dich auch, du hast mal solche Phasen, mal solche Phasen. Ist bei Videos genauso, du hast dann irgendwie ein Projekt, was mega ankommt und gehypt wird, du hast so, boah, ich hab grad irgendwie in einem Monat irgendwie das an Reichweite gemacht, weil ich sonst in einem halben Jahr mache. Und, äh, dann bist du aber wieder an dem Punkt, wo ich so, ja, jetzt irgendwie grad gar nichts mehr. Und ich hab für mich, ähm, so ein bisschen versucht, diese ganzen Sprints, die passieren, ja, die manchmal auch nicht so ganz planbar sind, einfach dankend anzunehmen, aber ganz wichtig, das nicht als Maßstab zu nehmen. Weil das hab ich nämlich in der Anfangszeit, ich hatte meine Videos, so hab ich immer geguckt, wie viele Aufrufe haben die, und dann hatte ich plötzlich ein Video, das hat irgendwie plötzlich doppelt so viel wie ein anderes. Und das hab ich plötzlich als Maßstab genommen. Und jedes andere, was wieder die normalen Aufrufe hatte, war so, ah, ich muss an dieses eine Video wieder rankommen, das funktioniert nicht. Ich war die ganze Zeit frustriert, so, bis ich gemerkt hab, nee, ich muss mir einen Maßstab setzen, der realistisch auf einer Ebene ist. Alles, was drüber ist und besser performt, ist cool, nehm ich mit, freu ich mich drüber. Aber ich setze es nicht als Standard und mach mich fertig damit. Das ist ein riesen Erkenntnis, die ich da hatte. Ja, ich glaub, das ist eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Die muss man eben als YouTuber auch haben, dass man sich nicht zu abhängig von solchen Zahlen macht und sich damit dann irgendwie auch zufrieden sein kann. Was ist für dich, wenn du jetzt so ein neues Projekt überlegst, musst du wahrscheinlich auch denken, okay, ist das eine Sache, die ankommt bei den Leuten? Oder ist der Fokus schon, okay, ich hab selbst voll Bock jetzt zum Beispiel, das in ein Grubenhaus 2.0 zu bauen oder sowas? Wie ist da so die Ideenfindung? Also ich muss sagen, es ist immer ein Mix. Es muss immer die Mischung dazwischen sein. Im Endeffekt geht's ja immer, oder ist das meistens so, du hast irgendwie Format oder Sachen, okay, das wäre ganz cool und dann guckst du, wie kommt es an und hast du Bock drauf. So, und es gab zum Beispiel ziemlich am Anfang des Kanals Formate, die hab ich einfach gemacht, da hatte ich Bock drauf. Ja, ich hab aber gemerkt, es kommt nicht an. Und da hab ich mir gesagt, ich hab da aber Bock drauf, also mach ich es weiter, aber ich filme es nicht mehr. Ich hab einfach für mich privat gesagt, ich mache die Dinger, weil ich Lust drauf habe. Zum Beispiel, was hast du gemacht, was du gar nicht mehr fertig gefilmt hast? Es ging so um ein bisschen Wanderung und Tracking und Tagestouren, keine Ahnung, bis irgendwo in den Alpen, du gehst auf den Gipfel rauf, du machst mal, also Übernachtung ist noch eine andere Geschichte, aber alles, was so Tageswanderungen angeht, macht mir einfach Spaß. Ich bin gerne mal an der Tour, ich bin gerne mal auf den Gipfel rauf, mach da ein paar Fotos mittlerweile bei Instagram und Stories, so gut ist. Aber ich weiß, wenn ich jetzt so ein Video machen würde, wie ich halt einfach in Österreich eine Tageswanderung mache, das interessiert keinen. Und damals hab ich das halt einmal gefilmt und hab gemerkt, okay, das interessiert keinen. Aber da hab ich halt genau die Lösung für gefunden. Ich mach's trotzdem gerne, also mach ich's weiter, aber es bringt business-technisch nichts, das zu filmen, also mach ich's nicht. Es gab aber auch dann wiederum andere Projekte und Formate, wo ich gemerkt hab, die will ich mal ausprobieren, die machen irgendwie auch Spaß, die sind cool, aber nach der Zeit hast du einfach gemerkt, okay, sie sind zu aufwendig, ich hab den Spaß dran verloren, irgendwas ist passiert, aber sie kommen an, sie kommen richtig an. Und dann hab ich aber auch für mich entschlossen sagen, ich mach's aber trotzdem nicht, weil ich habe da keine Lust drauf, ich habe da nicht den Spirit, ich habe nicht das Feuer in mir und was bringt mir das langzeitmäßig? Also, weil, wenn ich das Format weiterbringe, züchte ich mir auch neue Zuschauer, die genau diese Sachen wollen. Aber ich will's doch eigentlich gar nicht so. Deswegen finde ich immer, wenn du mal sagst, ach komm, die Leute wollen jetzt unbedingt mal so und so eine Folge haben, dann bringe ich die mal, ist alles gut, ja, aber das als dauerhaften Zustand zu haben, immer nur das zu produzieren, worauf die Leute Bock haben und man selber hat keine Lust mehr drauf, das ist auch ungesund. Deswegen muss es eine Mischung haben, finde ich so. Das muss den Leuten gefallen, das muss auch mir gefallen, aber in erster Linie ist es wichtig, dass ich einfach Passion dabei hab, dass ich einfach eine Flamme hab. Weil der Punkt ist auch, wenn ich die nicht habe, kommt drauf, das Video nicht an. Das merke ich einfach, das merke ich im Videoschnitt, das merke ich, wenn ich meinen Anfangstrailer vom Video zusammenschneide und merke, habe ich da emotionale Ausbrüche drin, die echt sind, oder ist es einfach so ein Abarbeiten? Und das merkt man einfach. Das Feuer muss brennen. Das muss auf jeden Fall auch brennen, wenn man sich in den Wald setzt und eine eigene Grube aushebt und ein eigenes Haus reinbaut. Ja, sehr, sehr spannend, heute mit dir jetzt auch nochmal ausführlicher zu reden, hier im Backstage-Podcast. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Links zu dir sind unten in der Beschreibung. Fritz Meinecker, check's mal aus, was er alles schon so gemacht hat. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder im nächsten Podcast. Bis dahin, jeden Montag 18 Uhr. Ciao, ciao, ciao.